Moin Moin und Willkommen beim Sankt Pauli Pop Podcast. Schön, dass du da bist. Schön, dass du wieder da bist. Für alle, die neu sind, wir, das sind meistens ich, dein Horst Erik und meine Co-Hosts Christian und oder Markus oder Willi oder Gäste. Wir podcasten über den FC Sankt Pauli, den Stadtteil Sankt Pauli und alles, was mit Fußball, mit Pop und mit Popkultur, mit Musik und überhaupt zu tun hat. Und jetzt viel Spaß. Und das ist ja auch so eine einzigartige Fanatmosphäre, die die haben. Die weitschen ja auch ihre Jungs nach vorne, wie es geht und auch, was die auf dem Rasen spielen. Das ist so eine richtige Einheit. Wenn du dann natürlich jetzt mit solchen Verletzungssorgen da antrittst, ist es natürlich, ja, das gestaltet sich sehr schwierig. Also was meinst du denn tendenziell? Wie läuft das Spiel ab? Was ist so deine Einschätzung? Ach, da ist alles drin. Also es ist ja am Samstagmittag. Das heißt, da ist man sowieso in so einer komischen körperlichen Verfassung. Fressenerkose nach Omas Gänsekeule, ne? Ja, genau. Also noch schnell einkaufen. Also frühstücken, einkaufen, Stadion. Und dann ist man sozusagen in diesem Samstagsmodus. Wir können auch danach noch einkaufen. Da haben ja alle schon mittlerweile bis 22 Uhr auf, die Läden. Ja, das ist kein Problem. Aber ich habe gerade am Samstag echt fast noch mehr als am Sonntag das Problem, mich irgendwie auf so ein Spiel einzugrooven. Das ist mir einfach zu früh. Aber ich will auch gar nicht jammern. Es wird interessant werden, zumal in der ersten Halbzeit angekündigt wurde von beiden aktiven Fanszenen, dass es aus Protest gegen die Eventisierung des Fußballs unter anderem auch als Protest gegen die Montagsspiele, die ja in der zweiten Liga nicht abgeschafft werden sollen. Warum auch? Damit verdient sich ja die DFL ein goldenes Näschen. Gegen diese Praktiken und vor allem gegen den Ausverkauf des Kulturguts Fußballen wehrt sich an diesem Spieltag die gesamte zweite Liga. Und auch der FC St. Pauli und Dynamo Dresden machen mit. Das heißt, in der ersten Halbzeit wird es keinen organisierten Support geben. Im Gegenteil, sondern die Aufforderung, still zu sein im Stadion. Das wird gerade gegen Dynamo Dresden sehr merkwürdig, weil ich kann mir eigentlich nur noch zwei ähnlich laute Fadengruppierungen am Mellantor vorstellen oder mich daran erinnern. Und das ist neben dem HSV, der natürlich auch immer sehr laut ist, wenn er bei uns ist, ist das Union Berlin. Und gleichauf kommt sofort Dresden. Die setzen uns lautstärkemäßig und auch sozusagen vom Dauersupport her echt unter Druck. Also das sind immer Spiele, die von der Atmosphäre her echte Klassiker sind. Und deswegen bin ich sehr gespannt, wie das wird, wenn die erste Halbzeit leise wird. Wahrscheinlich wird die zweite deswegen umso lauter. Ja, ich kann mich noch an Zeiten erinnern. Da war ich nämlich selber mal am Mellantor, und zwar berufsmäßig. Da war dein Hansa Rostock zu Gast. Und das war auch extrem laut. Also die Rostocker haben sich da auch nichts nehmen lassen. Aber ich glaube, das dauert noch eine ganze Zeit, bis ihr die mal wieder zu Gast habt. Da hätte ich nichts dagegen. Also, dass wir die versenkt haben vor ein paar Jahren und mithelfen durften, dass die in die dritte Liga abgestiegen sind, das ist schon schön. Da könnt ihr auch ruhig bleiben für mein Geschäft. Ja, ich weiß, Rostock und Pauli, das ist ja immer so eine Sache. Man mag sich ja nicht so gerne. Wieso mögen die Rostocker den kleinen schwarzen Maulwurf nicht? Oder meintest du St. Pauli? Ich meinte St. Pauli. Ach, St. Pauli. Ja, ja, ich meinte St. Pauli. Ich rede gerade von Millantor, von Rostock und Millantor. Ja, ich weiß. Ich wollte dich auch nur ein bisschen aufziehen, weil Pauli ist doch der schwarze Maulwurf aus dem Fernsehen. Ja, ja, der schwarze Maulwurf aus dem Fernsehen. Also, ich glaube, Maulwurf spielen momentan ganz andere. Aber sag mal, du meinst also, das wird wirklich still werden? Also, ich meine, diese Montagsspiele. Ich bin da überhaupt kein Freund von. Wie sieht das bei dir aus? Ja, also, wenn du ein Heimspiel hast montags, das macht mir nichts aus. Also, dann gehe ich am Dienstag ein bisschen verkatert zur Arbeit. Das ist jetzt nicht das Problem. Das Problem ist ja für die Leute, die ihre Vereine auswärts supporten wollen. Nein, das ist 20.30 Uhr. Dann musst du am Montag durch die ganze Republik fahren, dann wieder zurück. Das heißt, eigentlich brauchst du zwei halbe Tage oder zwei ganze Tage Urlaub. Das ist einfach eine bodenlose Frechheit, das den Leuten zuzumuten. Und das ist ja am Freitag schon schwierig, aber am Montag ist das echt nicht einzusehen. Also, aus Sicht eines Fußballsupporters, der ins Stadion geht oder von jemandem, der auswärts fährt, ist das eine echte Zumutung. Und wenn man bedenkt, warum einem das Zug gemutet wird, nämlich um den Spieltag so zu zerstückeln, damit man dann auch die Zielgruppen in Südamerika und Asien erreichen kann, dann kommt dann natürlich so ein bisschen, wie du sagen würdest, Blutdruck. Ja, kriegst du so einen Blutdruck, das wolltest du sagen. Ja, genau. Kriegst du so einen Blutdruck, wenn ich am Montag denke. Ja, ich mach die auch nicht, die Mutterspiele, weil jetzt HSV Union, du musst mal gucken, ich glaube, rund 47.000 Menschen waren da. Also, Heimspiele sind ja eigentlich in der Regel ausverkauft, sagt man so. Also, viele Leute fehlen da eigentlich nicht. Und das finde ich dann schon wieder so ein bisschen ätzend, weil A, natürlich, wie du schon sagst, die Gästefans, aber es sind ja nicht nur die Gästefans. Also, wenn ich jetzt mal bei HSV mal gucke, wie viele HSV-Fanlager gibt es, die kommen aus Niedersachsen und, und, und. Das ist ja eigentlich nicht weit weg, wenn man so möchte. Aber wenn du auf den Montag um 20.30 Uhr fängst du an, dann hast du ja noch deine Halbzeitpause, dann hast du noch eine Nachspielzeit, dann musst du erst mal da, wenn du mit dem Auto anreist, vom Parkplatz runterkommen. Ist ja da Schnackenburg Allee sowieso immer so eine Sache. Also, wenn ich mit dem Auto am Stadion bin, ich brauche eine Stunde, um vom Parkplatz auf die A7 raufzukommen, weil das ist ja alles dichtgeschissen. So, und dann kommst du mitten in der Nacht nach Hause und am nächsten Tag musst du wieder arbeiten. Das sind ja nicht nur die Gästefans, das sind ja auch Heimfans, die dann einfach de facto aufgrund der späten Uhrzeit und aufgrund des Wochentages halt eben gar nicht anreisen können. Das finde ich auch, deswegen, ich mache Montagsspiele überhaupt nicht, gar nicht. Weil es ist einfach, es kommt auch nicht so richtig diese Partystimmung auf oder du kannst danach, wie auf dem Samstag oder meinetwegen auch auf dem Sonntag, dann gehst du danach erstmal noch irgendwo schön ein Bierchen trinken oder so. Nee, du musst direkt vom Stadion ins Auto, nach Hause, ins Bett, weil am nächsten Morgen sonst dein Chef sagt, ey, was ist denn hier los? Warum kommst du so spät oder warum siehst du aus, als wärst du gerade von der S-Bahn geknutscht worden? Ja, genau. Und das ist eben kein, das ist nicht mehr das, was wir uns unter Fußball vorstellen. Und da muss man auch ganz ehrlich sagen, als Fußball-Supporter, der noch ins Stadion geht und jetzt speziell die, die auswärts fahren, bist du ja eine Minderheit. Also wenn ich mir jetzt die DFL angucke und die betrachtet ganz nüchtern ihre Klientel, dann spielen da erstmal nur TV-Zuschauer die erste Geige. Und wenn man den Hochrechnungen glaubt, dann werden wir in den nächsten zwei bis drei Jahren den Moment erreicht haben, wo die Mehrzahl der Konsumenten des Produktes Fußball-Bundesliga 1 und 2 nicht aus Deutschland kommen, nämlich aus dem Ausland, TV-Zuschauer aus dem Ausland. Und dann werden wir, in Anführungsstrichen, und das vereint uns auch wieder, egal ob wir Dynamo Dresden heißen oder Freiburg oder HSV oder Bayern München, das vereint wieder alle Leute, die ins Stadion gehen. Und jetzt haben wir vielleicht sogar noch ein ganz, ganz kleines Fenster, um dem DFB und der DFL einfach mal zu zeigen, wie sich das anfühlt, wenn man eine ganze Halbzeit kein Stadion-Atmo da ist. Niemand, der Choreografien macht, und das ist ja auch jetzt für den Boulevard, wir sind ja bei der Mopo, auch natürlich eine Bedrohung, auch niemand, der Pyro zündet. Du hast gar keine Fotos mehr, du hast nur noch komische Zuschauer mit Klatschpappen und welche am Fernsehgerät, aus denen kannst du ja keine schönen Boulevard-Geschichten erzählen. Also da hängt irgendwie so viel dran an Kultur, die echt gefährdet ist. Ich finde diese Aktion super. In meinem Blog und auch auf meiner Facebook-Seite wurde das sehr, sehr kontrovers diskutiert. Also das Gegen von Sippenhaft, also jetzt werde ich sozusagen in Sippenhaft genommen von diesen komischen Ultras, bis hin zu ganz normalem Ultra-Bashing. Ach, endlich kein La-La-La-Gesang, jetzt können wir wieder so supporten wie früher. Und da kann ich auch ehrlicherweise nur sagen, ganz, ganz viele Leute um mich rum oder auf Gegenden, auf der Gegend gerade, auf der Nord ist das ähnlich. Die supporten auch nicht, wenn kein Support-Stop ausgerufen wird, sondern die unterhalten sich über ihren Job oder wo sie jetzt einkaufen sollen danach. Aber supporten nicht das Spiel. Also die fallen edig weiter auf und die können auch meinetwegen jetzt das Gefühl haben, dass sie in Sippenhaft genommen werden oder zu irgendwas gezwungen. Das ist mir ziemlich Wumpe. Ich für meinen Teil finde das eine super Idee, gerade bei einem solchen Spiel, wo ja jeder erwartet, dass da die Hütte brennt. Zumindest von der Lautstärke her und von dem, was sich die Fanlager zurufen oder auch zeigen. Und wenn es da einfach mal Stille gibt, dann ist das ein echt geiles Zeichen. Und ich hoffe, dass das Resonanz gibt und auch in anderen Stadien wahrgenommen wird. Ja, also ich denke mal auch, das wird sich dann tatsächlich, ich sage mal, großflächig auch weiterverbreiten. Hoffen kann man es nur. Die Frage ist natürlich, ob man mit diesem Zeichen, was man da setzt, auch wirklich etwas erreicht. Aber gut, man muss erst mal ein Zeichen setzen, um herauszufinden, ob man damit was erreicht hat. Spannend ist es auf jeden Fall. Aber eine Sache finde ich noch spannend. Markus Kautschinski. Was ist denn da bei euch los, sag mal? Das ist ja völlig die Kehrseite der Medaille von der HSV-Trainer-Arie, die da ständig stattfindet. War er nicht eher auf dem Schleudersitz und jetzt mit einmal wurde verlängert. Was ist da denn los? Ja, das ist toll, ne? Das ist eine meiner St. Pauli-Weihnachtsgeschichten dieses Jahr. Das war ja eine Frage, die unser Redakteur Philipp uns mit auf den Weg gegeben hat. Er sagt, Mensch, der Vertrag von Markus Kautschinski, dem Cheftrainer des FC St. Pauli, ist gerade bis zum Jahr 2020 verlängert worden. Und dabei sah das lange Zeit so aus, gerade am Anfang der Saison, als man drei Ligaspiele in Folge verloren hat, zusammen mit dem Pokalspiel. Wobei als St. Pauli-Fan zählt man das sowieso nicht mit. Also sagen wir mal, wir hatten eine echte Durststrecke von drei Spielen bis zum Spiel in Ingolstadt. Und wenn man den Gerüchten glauben darf, dann gab es auch im Verein schon einen Plan B für den Fall, dass diese Serie weitergeht und man irgendwie handeln muss. Und gegen Ingolstadt hat ja, wenn du dich erinnerst, also du wirst dich nicht erinnern, aber ich kann mich erinnern, dass das Spiel in den letzten Minuten gewonnen wurde. Und zwar durch zwei Einwechselspieler, die lange nicht mehr gespielt haben, also auch an der Startelf-Misere total unbeteiligt waren. Das eine war unser Talent auf der 6-C hier und das andere war der langzeitverletzte und wieder genesene Rio Miyajichi. Und ich meine, es war sogar die 89. oder 90. Minute, als der erste C hier auf den zweiten Miyajichi passte, wie man das sonst nur in der Champions League sieht. Also einen ganz sauberen, schönen Pass in die Schnittstelle, in die Spitze vor allem und er ganz trocken und sauber zum 1-0 abschloss. Ein Spiel, über das heute kein Mensch mehr redet, weil es A so lange her ist und B auch schlecht war. Also alle Seiten froh waren, dass das 0-0 steht und das Spiel hat der FC St. Pauli gedreht. Und danach kamen noch zwei von diesen Spielen, die eigentlich keinen Sieger verdient hatten oder vielleicht sogar, wo wir verdient gehabt hätten, mal einen auf die Nuss zu kriegen. Und dann hat Markus Kautschinski dreimal in Folge, wenn ich mich recht erinnere, oder zumindest mal dreimal in vier Spielen, den Sieg eingewechselt. Also mit Hank Fehrmann beispielsweise oder auch mit, wer war denn dann noch? Samir Lagwied, glaube ich, war auch einmal beteiligt. Das heißt also... Hat er sich zum Kiezhelden gemacht? Ja, er hat im Grunde genommen sich selber rausgecoacht aus der ganzen Misere. Ja, es liegt ja als Coach ganz nah eigentlich, ne? Ja, du kannst ja vor allem auch gar nicht viel mehr machen, ne? Außer dich sozusagen rauszukoachen. Und dann war eigentlich auch der Drops gelutscht, die zumindest die, wir werden mal den Trainer los, Messe war gelesen, weil du kannst ja schlecht einen Trainer entlassen, der jetzt drei, vier Mal hintereinander gewinnt. Also war auch allen Beteiligten im Umfeld klar, wir können das jetzt auch wieder sein lassen. Und dann hat sich der FC St. Pauli ja tatsächlich als Mannschaft und als Trainerteam und als sozusagen in Zusammenarbeit mit Aufsichtsrat und Präsidium aus diesem Loch selber wieder rausgearbeitet, rausgekrabbelt. Und dass sich da Sportjournalisten, die ja sozusagen auch sämtliche Gerüchte mitkriegen, dann verwundert die Augen reiben, das kann ich mir schon vorstellen. Aber wer den FC St. Pauli ein bisschen kennt und vor allem sein Präsidium kennt, der weiß, dass die sich wegen so einer Lappalie oder ein paar Gerüchten oder ein paar Unzufriedenheiten, die da im Team herrschen, nicht aus der Reserve locken lassen. Also ich habe mir, also es hätte mich total gewundert, wenn der FC St. Pauli tatsächlich Markus Kauczynski in die Wüste geschickt hätte. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund, weil man das vor einem Jahr schon gemacht hat, nämlich mit Olaf Janssen. Und da hat man in einer ähnlichen Situation, nämlich nach drei sehr blöde und sehr deutlich verlorenen Spielen, hat man gesagt, okay, nee, das geht jetzt nicht mehr so weiter und hat Markus Kauczynski geholt. Und da kannst du eben nicht nach einem Dreivierteljahr, noch nicht mal einem ganzen vollen Jahr, in einer ähnlichen Situation jetzt plötzlich das Gleiche wieder machen. Also das ist totaler Unsinn, weil du kannst ja nicht sagen, wir setzen den einen, der das nicht hingekriegt hat mit dem anderen, geben dem aber keine Zeit, das irgendwie zu regeln. Und das ist vielleicht sogar der Unterschied zwischen dem FC St. Pauli und dem HSV, weil ich mir, also sagen wir mal so, wäre Titz Trainer des FC St. Pauli gewesen und hätte sich die sportliche Leitung zusammen mit dem Präsidium auf Titz geeinigt am Anfang des Jahres und dann vor allem zum Start in die Saison, dann hätte man sich nach den Ergebnissen, wie es beim HSV war, auf gar keinen Fall von dem getrennt. Ich weiß nicht, oder? Ich weiß nicht, oder? Auf Wiedersehen.